Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Day of the Tentacle Remastered. Beim letzten Mal sind wir hier zu grün ins Zimmer gegangen und ich würde sagen, jetzt setzen wir unser Gespräch mit dir mal fort. Hey, was gibt's Bernhard? Was glaubst du, was Purpo jetzt macht? Willst du mir helfen, die Welt zu retten? Wie geht es deiner neuen Band? Was glaubst du, was Purpo jetzt macht? Nun, er will die Welt übernehmen, also denke ich mal, er wird etwas Gemeines anstellen. Macht er Genexperimente mit kleinen Schmuse-Tieren? Erfindet er einen Verkleinerungsstahl? Schmeißt er alte Frauen die Treppe runter? Macht er Genexperimente mit kleinen Schmuse-Tieren? Ich will es nicht beschwören, aber ich dachte da mehr an etwas Politisches. Willst du mir helfen, die Welt zu retten? Willst du mir helfen, die Welt zu retten? Ich habe Angst, den Raum zu verlassen. Ich glaube sogar, dass ich mich nicht vom Fleck rühren kann. Purpur macht mir höllische Angst. Wie geht es deiner neuen Band? Wie geht es deiner neuen Band? Grün Tee und die Sushi-Teigs? Wir machen uns gut. Wir haben uns entschieden, die Qualität unserer Band zu verbessern. Nochmal für den klassischen Look hier. Ähm, berauschende Dreiton-Stimmen-Harmonie. Berauschende Dreiton-Stimmen-Harmonie? Lautstärke, Mann, Lautstärke. Wir müssen das ändern, um eine Chance auf ein Grimmie zu haben. Wir nehmen die Pausen raus. Ein Grimmie. Brauchtet ihr nicht vor kurzem einen neuen Gitarristen? Brauchtet ihr nicht vor kurzem einen neuen Gitarristen? Ja, aber wir haben uns dann für einen Typen entschlossen, der Elektrowerkzeuge spielt. Dadurch kriegen wir mehr Sound. Arbeitet ihr an einem Album? Arbeitet ihr an einem Album? Ja, wir machen eine CD. Rap auf der Stirn. Da sind ein paar Stücke in der Anlage, wenn du sie hören willst. Okay. Schon mal im Radio gewesen? Schon mal im Radio gewesen? Nein, fürs Radio sind wir etwas zu unkonventionell. Aber wir haben viele Fans in der Szene. Großartig. Allerdings. Wozu die Kiste? Hast du eine Katze? Wozu die Kiste? Hast du eine Katze? Frag nicht. Wie setzt sich ein Tentakel in ein Sitzkissen? Wie setzt sich ein Tentakel in ein Sitzkissen? Oh, das ist ganz einfach. Wieder rauszukommen ist viel schwieriger. Kannst du mit der Bowlingkugel spielen? Kannst du mit der Bowlingkugel spielen? Nein, Pupur hat sie hergebracht, nachdem er Arme bekam. Er war aber ziemlich enttäuscht, weil er keine Finger hat. Man sieht sich grün. Ja, viel Glück beim Weltretten, B-Man. Vielen Dank. Welteroberungspläne, können wir uns die ansehen? Oh oh, sieht so aus, als ob es klappen könnte. Ich will die Welt nicht erobern. Na gut. Ein Videoband, das nehmen wir uns mal mit. Und die Anlage, da soll Musik drin sein. Wow, das ist laut. Aha. Ja, das reicht noch nicht ganz. Vielleicht kriegen wir mehr Vibration auf die Decke. Können wir das hier? Ja, können wir. Ja, damit haben wir die Plastikkotze und ich würde sagen, wir machen schnellstens die Musik wieder aus. Hui. Und, äh, ja, wir haben auch so ein Mauseloch. Das haben wir noch nicht angeguckt. Es ist ziemlich klein. Können wir die Bullingkugel mitnehmen? Das ist zu schwer für mich alleine. Ach so. Ja. Okay. Dann. Unfärmiges Wesen am Tatort gesehen. Kühe umgeworfen, Polizei, staunt. Okay, hier geht's Treppen hoch. Wir nehmen zuerst die linke Tür. Eine Statue. Seltsam. Muss ein Erlissen sein. Ein Foto. Da steht, Edna, danke, dass du mir das Fieber gabst. Eine Eule. Sieht aus wie mein Physikprofessor im zweiten Schuljahr. Ein Poster. Wow, was für ein Mann. Und? Keine Scherze, meine... Sieht wie der Flur aus. Okay, im Monitor. Reden wir mal mit Schwester Edna. Was ist? Ich habe... Sag mal, bist du nicht Bernhard Bernoulli? Äh, sie müssen mich mit einem anderen Bernhard Bernoulli verwechseln. Nein, mein Name ist Friedwood. Ja, das stimmt. Nein, mein Name ist Friedwood. Klingt gut, würde ich sagen. Nein, mein Name ist Friedwood. Nette Versuch, aber ich vergesse nie ein Gesicht. Du bist vor ein paar Jahren in unserem Hotel eingebrochen, um deinen Freund zu retten. Warum bist du diesmal gekommen? Äh, ich versuche einen Tentakel von der Diktatur abzuhalten. Ich bin hier, um ihren Videorekorder zu reparieren. Das ist ein Geheimnis, ich darf es nicht verraten. Ey, ich gehe besser. Ich versuche einen Tentakel von der Diktatur abzuhalten. Wirklich? Wie schön. Wie geht es, Dr. Fred? Wie geht es, Dr. Fred? Nun, er ist immer noch besorgt über die finanzielle Situation. Er glaubt, es wäre alles sein Fehler. Aber es scheint besser zu sein, seitdem er nicht mehr schlaf handelt. Wie hat er die Finanzen ruiniert? Äh, was ist so schlimm am Schlafhandeln? Wie hat er es geschafft, mit Schlafhandeln aufzuhören? Nun genug über Dr. Fred. Okay, ich lasse sie dann mal weiterarbeiten. Wie hat er die Finanzen ruiniert? Tja, eigentlich sollten wir Millionen mit dem Computerspiel verdienen, das sie über uns gemacht haben. Aber dieses Genie hatte den Vertrag im Seaf eingeschlossen und dann die Kombination vergessen. Das ist gut. Was ist so schlimm am Schlafwandeln? Was ist so schlimm am Schlafwandeln? Normalerweise nichts, aber wenn Fred schlafwandelt, erinnert er sich an die Kombination vom Seaf. Er ist dann im Büro, öffnet ihn, schreit wie eine Katze im Ofen und wirft ihn wieder zu. Irgendwas da drin macht ihm ziemlichen Kummer. Leider war ich nie schnell genug, die Kombination zu sehen, weil er so schnell ist. Ah. Wie hat er es geschafft, mit Schlafwandeln aufzuhören? Wie hat er es geschafft, mit Schlafwandeln aufzuhören? Er hat mit dem Schlafen aufgehört. Fred trinkt eine Menge Kaffee. Ich trinke nur entkoffeiniert. Aha. Ich habe gerade die Statue bewundert. Ich habe gerade die Statue bewundert. Dankeschön. Sie gehört seit der Gründerzeit zur Addison-Familie. Einer von Freds Vorfahren machte sie. Mhm. Ziemlich gute Ausrüstung, die sie hier haben. Ziemlich gute Ausrüstung haben sie hier. Ja, das Überwachungssystem ist das Beste im ganzen Staat. Ist das ein Plexus 7000 Videorekorder? Ist das ein Plexus 7000 Videorekorder? Na klar, mit einem Doppelkobalt-Geschwindigkeitsmotor. Nicht anfassen. Sind das xenophobe Kristallmatrix-Monitore? Sind das xenophobe Kristallmatrix-Monitore? Das sind sie bestimmt. Die sind so klar. Man kann sogar die Fliegen an den Wänden sehen. Nicht anfassen. Könnte ich wohl ein bisschen damit spielen? Könnte ich wohl ein bisschen damit spielen? Auf keinen Fall. Okay, ich lasse sie dann mal weiterarbeiten. Komm zurück, wann immer du willst. Ich habe das Gefühl, wir müssen die hier wegkriegen. Vielleicht können wir ja drücken. Oh, tschüss. Ah, verdammt. Okay, das geht wohl nicht da. Na, habe ich vielleicht schon eine Idee. Hier ist noch eine Tür. Schauen wir mal, wer sich dort befindet oder was wir dafür... Hey, bist du nicht der verrückte Ed Edison, die alte Nuss? Ja. Nun, ich... Moment, kenne ich dich? Natürlich, Bernoui. Bernoui. Ich war schon mal da. Klaute deinen Hamster und das Sparschwein. Da läutet nichts, aber ich kann mich eh nicht an viel aus dieser Periode erinnern. Mein Psychotherapeut sagt, damals wäre mir etwas Traumatisches passiert, das ich verdränge. Also, hast du die Militärsachen auch aufgegeben? Hat das irgendwas mit einem Hamster zu tun? Na los, Ed, erzähl es mir. Teil deinen Schmerz mit Bernie. Was machst du so den ganzen Tag? Also, hast du die Militärsache auch aufgegeben? Es geht mir jetzt besser. Ich habe diese... diese schlechten Gedanken nicht mehr. Ich sammle jetzt Briefmarken. Das ist eine nette Sammlung. Kann ich sie haben? Das ist eine nette Sammlung. Kann ich sie haben? Nein! Ich meine, äh, nein. Die bedeuten mir sehr viel. Manchmal denke ich, sie sind meine einzigen Freunde. Süßer Hamster, kann er Kunststückchen? Süßer Hamster, kann er Kunststückchen? Nein, es ist einfach nur da. Ich hatte mal einen richtig tollen Hamster, aber... Irgendetwas... Irgendetwas... Passierte mit ihm. Was ist aus dem alten Hamster geworden? Was ist aus dem alten Hamster geworden? Ich kann mich nicht erinnern. Wenn ich es versuche, ist dann nur dieser Blitz und dieses schreckliche Geräusch. Äh, was war das denn für ein Geräusch? Was war denn das für ein Geräusch? Es war eine Art Ding! Mein Gott, ich höre das immer im Traum. Der braucht wirklich mal ein bisschen Bewegung. Der braucht wirklich mal ein bisschen Bewegung. Nun, manchmal benutzt der es in dem Keller zum Arbeiten. Manchmal. Aber dann schwitzt der und wird nass. Und dann wird ihm kalt und er weigert sich zu arbeiten. Dein Vater oder der Hamster? Machst du dich über mich lustig? Nein, ich... Ich werde sauer, wenn Leute Witze über mich machen. Ich meinte ja nur... Oh, es macht mich wahnsinnig. Ich möchte einfach nur... Ausbannen. Ich will ausbannen. Ist schon okay. Ich habe ja meine Briefmarken. Sind alle deine Hobbys so interessant? Sind alle deine Hobbys so interessant? Ich habe keine anderen Hobbys. Briefmarken sind mein ganzes Leben. Wenn ihnen mal etwas passiert... Äh, wie geht es euch so? Wie geht es euch so? Papa ist im Keller und experimentiert. Mama ist nebenan und beobachtet eine Hochzeitsnacht. Ted ist im Garten. Hält er einen Bowlingkugelhalter? Hm, eigentlich ist es ein Vogelbart. Aber was du sagst, klingt besser. Hoffentlich habe ich dich nicht zu sehr aufgeregt. Tschüss. Hoffentlich habe ich dich nicht zu sehr aufgeregt. Tschüss. Friede sei mit dir. So, ich bin dafür. Wir nehmen den Hamster mit. Das war einfach. Und, ähm, ja, es gibt hier eine Besonderheit. Die zeige ich euch gleich mal, nachdem wir hier gespeichert haben. Weil ich bin mir nicht sicher, ob wir danach wieder da rauskommen. So. Und wir gucken mal auf den Computer. So ein wie dich habe ich noch irgendwo in der Garage. Benutzt. Und genau, dort gibt es Maniac Mansion. Ähm, in der Originalfassung, soweit ich weiß. Das machen wir vielleicht irgendwann anders dann noch. Als separates Let's Play würde ich aber dann sagen. Daher macht es vielleicht auch Sinn, wenn ich gerade einfach mal hier am Schlussspeicher dann komme ich da notfalls nochmal wieder hin. So. Die Briefmarken. Er will nicht, dass denen was passiert. Die bedeuten ihm viel. Was haben wir denn im Inventar, was wir damit benutzen könnten? Tippex vielleicht? Ich glaube nicht, dass das in Weiß besser aussieht. Kaffee. Hm, soll ich wirklich? Das Zeug ist ziemlich stark. Entkoffinierter Kaffee? Koffeinfreier hilft dir nicht. Dann versuchen wir es mal mit Zauberzins, oder? Hey, möchtest du einen Trick sehen? Sicher. Toll, oder? Ähm. Oh je. Meine Pony Express Briefmarken. Du hast meine Pony Express Marken ruiniert und fünf Jahre Therapie. Raus aus meinem Zimmer. Ui, was für ein Klotz. Er sollte etwas gegen diese... ... ... Erfühle tun. Okay, wir nehmen die Briefmarke. Was ist das für eine Briefmarke? Können wir uns die mal angucken? Eine 1778 Pony Express Briefmarke. Nicht unbedingt wertvoll, aber unbenutzt. Das ist wichtig. Die brauchen wir nämlich noch. Ähm, dann nehmen wir das... Buch mal mit und gehen hier wieder rein. Raus hier! Nein, 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 warte. Hier. Hey, der Fleck ist wieder weg. Ich glaube, ich kann dir verzeihen. Manchmal mache ich komische Sachen und weiß nicht mal warum. Als ob mein Körper von einem perversen, sadistischen Puppenspieler gesteuert würde. Tja, wir alle haben manchmal dieses Gefühl. Ja, ist klar. Okay, das war's dort. Ähm, hier geht's noch hoch. Okay, wirklich viel gibt es hier, glaube ich, nicht. Genau, wir können die Tür hier öffnen. Da haben wir ein Bett. Benutzen wir das mal. Keine Zeit dafür. Ich rette die Welt vor Puportentakel. Ja, gut. Das Fenster ist auf. Auch wieder mal ein wichtiger Punkt, denke ich. Und da ist noch ein geschlossenes Fenster. Können wir das öffnen? Geht nicht, das klemmt. Eine Kurbel. Vielleicht auch noch wichtig. Können wir die mitnehmen? Okay, dann nehmen wir die erstmal mit und gehen durch den Kamin, wenn das geht. Auch hier. Sieht gut aus. So, und dann denke ich, genau, die Plastikkorze brauchen wir. Kommen wir noch. Kommen wir denn jetzt eigentlich auch mal vor die Tür. Ja, kommen wir. Das hier ist übrigens Cousin Ted. Genau. Können wir mit ihm reden. Hey, Ted. Gesprächlich wie immer. Was, Ted? Sieht so aus, ne? Junge, ich habe dich seit fünf Jahren nicht gesehen. Junge, ich wünschte, ich hätte so wenig Gehirn wie du. Tja, ich rette doch mal lieber die Welt. Junge, ich habe dich seit fünf Jahren nicht gesehen. Du hast dich nicht verändert. Weißt du, du bist ein bisschen wie mein Freund Hoagie. Weißt du, du bist ein bisschen wie mein Freund Hoagie. Er ist Rody bei einer Heavy Metal Band. Er ist Rody bei einer Heavy Metal Band. Junge, ich wünschte, ich hätte so wenig Gehirn wie du. Junge, ich wünschte, ich hätte so wenig Gehirn wie du. Sollte keine Belästigung sein. Tja, ich rette dann mal lieber die Welt. Genau. Und gibt es hier noch was anderes? Hier ist noch ein Briefkasten. Ist da noch was drin oder so? Er ist leer. Okay, und auf dem Park. Aha. Mann mit Skimaske. Hi. Erschreckt mich nie wieder so. Nette Brechstange. Nette Brechstange. Danke. Glaub nicht, du könntest sie dir leihen. Ich brauche sie selber. Was machst du da? Was machst du da? Ich habe mich ausgeschlossen. Da sind keine Schlüssel im Auto. Warum öffnest du denn den Kofferraum, wenn du ausgesperrt bist? Hier vielleicht sind das deine Schlüssel. Ja, vielleicht hilft ihm das. Hier, vielleicht sind das deine Schlüssel. Wo? Gib her. Danke, Freund. Behalt die Brechstangen. Danke, maskierter Mann. Vielleicht dieser. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder rein. Mit der Brechstange kriegen wir vielleicht da unten mal, na, hat er nicht genommen, den Kaukemi mit dem Groschen drinnen ab. Sieht gut aus. Kriegen wir den Groschen da auch raus? Würden wir den benutzen vielleicht? Ja, das sieht gut aus. Okay, jetzt haben wir ein Kaugummi und noch einen weiteren Groschen. Wir haben mit Sicherheit ein paar Sachen. Also ich glaube, diesen Zettel hier sollten wir an Hoagie geben. Ich renne kurz zum Krono John. Macht er das Offscreen? Da ist was im Krono John. Okay, macht er nicht. Und ich denke, die Zähne können wir mit Sicherheit auch gebrauchen. Ich benutze das Krono John. Ah, okay, jetzt kommen nicht noch mal die Sequenzen. Das ist gut. Und ich denke, dass die Briefmarke dort auch hin muss. Ah, jetzt macht er das auch grundsätzlich nicht mehr. Sehr gut. Okay, dann können wir noch mal gerade kurz hochgehen. Und den Mann hier noch mal schleudern lassen. Vielleicht kommen wir ja dann an den Pulli dran. Vielleicht reicht das ja schon. Perfekt. Damit haben wir den Pulli. Bäh, tropf nass. Und wenn wir schon mal hier oben sind, ich möchte immer noch so ein Kaugummi haben. Beziehungsweise so ein Bonbon. Und wir machen das hier mal. Guckt keiner. Mach mal. Oh. Möchtest du die mitnehmen? Fünfziger sind das alles. 1968. Oh je. 1974. 1974. Oh. 1977. Was ein Glück. Später am Tag. Später am Tag. Viel, viel später. Wie viel haben wir denn jetzt? Fünfziger? Mal sehen. Das sind circa 876.650er. Oh. Das ist schon eine Menge. Gut, aber was wir dann jetzt damit so machen können und wie es bei Hoagie weitergeht, das sehen wir dann im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Kommentar oder eine Wertung da. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Day of the Tentacle Remastered. Bis dahin. Tschüss.